Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge TDDT mit allen aus dem Team Pizzerian, Dalu Kart und Dadosch. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass wir da sein dürfen. Hallo, dass du da bist, Peter. Dalu ist aber ne ganz schöne Springspinne. Ja, aber da oben kann man nicht hin. Ja, wir sind auf einer neuen Map. Achso, da ist quasi unsichtbare Wand, oder was? Ja. Oh, ein einzelner Shotgun-Schuss. Ja, der hat was gemacht. Ich bin ja so mega verwirrt hier. Ein gutes Sidekick Shotgun wäre auch nicht schlecht. Wenn du zehnmal mit der Sidekick Diegel verfehlst, kriegst du die Sidekick Shotgun. Ach, ich bin in die blöde Falle gelaufen. Ach, Peter. Der Detective kann rausfinden, von wem die Falle ist. Ich bin illusent. Detective, leg mich mal wieder, das wär cool. Ja, mach ich. Ich weiß, wo die Falle ist. Oh nein, der könnte ja blöde sein, wo die Falle ist. Hier ist er. Genau, die lag hier zwischen den Kisten, Jay. Wo ist er denn? Moment, wenn Peter wiederbelebt wird, kann der sagen, von wem der getötet wurde und welche Rolle derjenige hatte. Ja, von mir. Genau. Ja, das kann er. Komm, mach's. Aber Sepp hat das schon gesagt von ihm. Dadurch, wo bist du? Ich bin innocent. Äh, warte, ich komm. Jay hat die Harpune rausgenommen, er wollte wohl noch einen Kill machen. Wo seid ihr denn? Goddamit, ich hab kein Radar. Stammt ganz schön, der Darm. Äh, hinten rechts quasi, wenn du unten bist. Vom Haupteingang. Dadurch. Das ist noch Sepp. Wer ist das denn? Wer war das denn für'n Leck? Ach du bist das. Ich hol dich ab, Dadurch. Bei mir über die Tür. Das, ich bin im Haupteingang. Ja, ich seh sie. Ja, ja, okay, alles klar. Achso, jetzt hast du sie schon. Sepp, komm erst mal her. Warum willst du Sepp da... Ne, Sepp ist Trailer. Sepp, komm her jetzt. Sepp ist Trailer. Warum soll ich... Jetzt komm doch mal her. Ich will nur sicher gehen, dass du mich nicht tötest. Jay schießt. Ich dachte gerade, Jay schießt dir in den Rücken. Äh, komm mal her. Ich geb dir jetzt Handcuffs. Komm mal her. Du bist jetzt in den Handschellen gelegt. Alter, okay. So. Oh, danke. Okay. So. Du... Komm her, Jay. Wieso vertraust du Jay? Okay, ich muss weg. Oh geil! Sepp hat übrigens ne Bombe geboren. Sepp hat nen Boombody gedroppt. Ist das normal? So. Ist das normal, wenn Sepp nen Boombody droppt, wenn er gehandcutt ist? Nein! Er ist explodiert! Okay, okay. Ich wollte nur mal fragen, ob das normal ist, dass der Boombody droppt. Ey! Jay! So. Sind wir auch Trailer? Ich bin Magier. Okay. Bram, was hast du denn an? Bram ist umgefallen. Und explodiert. Und explodiert. War Trailer. Ja. Und ich hab doch gesagt, dass ich mich wieder überleben kann. Habt ihr euch beide schön zusammengetan, ne? Äh. Wir nicht. Ich verstehe. Kannst du auch mal was machen? Das ist mein Spruch. Weißt du jetzt echt nicht, was passiert ist? Das war richtig gut, Alter. Das war richtig gut. Das war richtig gut, Alter. Das war so geil. Ich denk auch so. Ich denk auch so. Das war aber nicht nur meine Maffe runtergefallen, vielleicht. Das hat ja keiner gesehen. Wie lange ist man gehandcuffed, dass du... 30. Ganz kurz nur, ja. Ganz kurz nur. 30 Sekunden. Quasi. Quasi. Du kannst aber noch laufen, oder? Ja, er konnte noch laufen, ja. Ja, okay, okay. Dann, okay. Dann, ja. Dann kommt das hin. Handcuffs sind super. Ich hab mich mehr bewundert, weil er ist halt direkt weggelaufen und ich dachte erst dann halt an... Um jemanden zu handcuffen musst du richtig nah dran. Ey! Hey! Pisse auf mich! Ich bin Pipi. Ja, du musst richtig nah dran. Oh, 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 direkt alle tot. Und fort geht's los! Nee, erst wenn ich Pipi weg bin. So, hier oben verkauf ich übrigens Waffen, falls jemand kommen will. Oh, Peter, Weihnachtsgeschenke! Ja, voll geil. Ist ja richtig zur Weihnachtszeit, passend. Hat Dalu die Map ausgesucht. Ja, ja, ja. Wo sind denn ihr Geschenke? Ist das eigentlich eine spezielle Map, Dalu? Irgendwas von wegen? Nee, die hab ich heute. Ich hab mich die rausgesucht. Krasssteuer, Alter. Ist das bei dir auch so ein bisschen in Tschernobyl? Kann die Geschenke leuchten? Wo sind die da? Ja, ja, das ist der Chromebug. Das ist der Chromebug, den gibt's in der Source Engine. Man kann ja raus! Gehört. Man kann raus? Ja, es gibt auch ein Kellerabteil mit, äh, echt ein bisschen nach, irgendwie so einem Lager aus. Lol, du kannst einfach aus der Haustür raus. Ja, du kannst einfach aus der Haustür raus. Und hier kannst du, guck mal, Chris, hier kannst du auch einfach wieder runter. Okay. Also ich kann auch weggehen. Aber da geht's einfach noch weiter. Die Frage ist, wo ist die, ja, da ist die Haustür. Alter, wie groß ist diese Map? Ja, aber hier draußen ist nicht viel. Also... Weil? Du kannst doch auch mal rein. Nee. Wie gesagt, du kannst doch halt auch nach unten, oder? Oh. Unsichtbare Wand. Wow, es gibt extra so Kisten hier und da gibt's so unsichtbare Wand. Nice. Was ist denn hier noch? Alter, what the shit. Kann ich hier so ein Klopf drücken? Was passiert denn? Hey, Peter, wir sind jetzt hier im Güllekeller. Ja, das ist echt Güllekeller, Alter. Ja. Diese Geräusche, wenn du da drüberläufst. Ja, eh klar. Oh, oh. Ey, Leute, die Bretter, wo ihr drüber gelaufen seid, da stechen die da dran. Die kommen straight, shit. Oh Gott. Moment, warum ist da so viel Blut? Hallo, Peter. Peter, mach den. Hier ist noch nichts passiert, Bram. Also, hier unten ist noch Minimi Christian. Ich weiß nicht, ob man da hinten über die Bretter gehen soll. Warum ist der ganze Schwendt voller Punkt? Hey! Sepp fehlt aber, ne? Mach das nicht. Ich glaub, Sepp, Sepp ist dead. Oh, stimmt. Das könnte sein. Ja, die war so offensichtlich, die war vom Bärenfallen Detektiv. Jay setzt die Falle selbst, wenn er Detektiv ist. Immer, die wird immer gesetzt, die Falle. Da unten geht weiter. Ne, da oben, meine ich, bei dir. Ja, da oben geht es auch weiter. Dadosh! Dadosh, schießt mit Bällen. Nein! Schießt mich damit selbst. Dadosh, das war nicht nett. Hier ist da oben in dem Raum. Ja, Dadosh ist eliminiert. Weggegangen. Oh! Ist aber wieder gespawnt. Äh, LOL! Sorry! Nein, ich hab mich verlesen. Dadosh, benenn dich um. Ich bin grad durchs Fenster an dir vorbei. Die Leiche ist hier echt nicht. Wo ist die Leiche denn? Der muss neu gespawnt sein. Oh mein Gott, achso. Er liegt draußen und du hast doch auf mich geschossen. Wieso ist die rausgefallen? Oh, sorry Dadosh. Warte mal, ich hab mich nicht... Ne, scheiße, ich hab keinen Credit. Doch, lass mich den durchgucken, dann kann ich den Credit holen, oder? Wenn er noch was hat. Hat er nicht, natürlich nicht. Natürlich nicht. Toll. Okay, das tut mir echt leid, Dalu. Dalu. Ne, der ist an der Falle gestorben von Jay. Ey, Sepp ist doch nicht an der Falle gestorben. Da ist keiner an der Falle gestorben, oder? Hier unten links liegt ne Leiche, aber wie gesagt, da ist ein Boom Buddy drauf. Wo denn? Ich kann den nicht aufnehmen. Schade. Sofort. Da. Hier liegt auch noch ne Leiche. Hier. Hey, Moment, da liegen jetzt zwei Leichen. Dann ist einer ein Boom Buddy. Ne, ne, das ist... Ich glaub, Bram und ich meint die Leichen. Wir sind auch in andere Richtung gekommen. Dann ist der Boom Buddy. Das sieht aus wie einer, aber... Da, du, du hast doch kein Leben mehr, ne? Check das mal. Okay, aber dann belebe ich mich wieder. Ja, wie denn? Ich brauch doch erstmal... Oh! Das war guter. Also, ist denn jemand mit Sepp dann abgehauen? Weil da sind ja wirklich... Ist ja null Blut. Ja, aber hier ist Messer. Also, ähm... Bloody Knife. Spuren. Ne, dann ist doch da auch... Ach so. Ja doch, die hast du hier. Die gelben Spuren. Das ist, wenn jemand das Bloody Knife hat und wegrennt. Das ist wirklich so. Aber da hat der Leichen ja noch mitgenommen. Ja, ich weiß. Ah, das heißt, hier ist Sepp gestorben? Anscheinend. Also, das heißt, der ist hier... Alter, wer ist denn hier der Detective, ja? Wo ist der Detective, der das Bloody Knife benutzt? Ich bin der Detective. Das ist doch vollkommen unrealistisch. Der killt doch nicht hier mit der Nahrkampfwaffe, um den dann mitzunehmen. Der war was? Hier, rechts ist der... Hier, du bist schon am Tatherrger vorbeigelaufen. Hier ist derjenige getötet worden. Ja, aber Peter, das macht doch gar keinen Sinn. Du tötest doch nicht jemandem mit der Nahrkampfwaffe, Sneaky, Leiser, der anderen nix sagen kann, um die dann in die Hand zu nehmen und auch bis dahin zu... Ah! Dalu! Aua. Dalu ist da rein! Wo? Hier in die Wand! Dalu ist da rein, in die Falle. Ja, in die Wand. Dalu ist der böse. Da, siehste, ich hab an die Wand gesprüht und da geht nix. Da ist ne Tür hinter. Ja, Dalu ist böse. Der steht da noch hinter! Der steht da noch hinter! Ich seh ihn noch da durchbogen! Ah! Ah! Das hast du hier noch verbrannt? Ja! Nein! 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 Als du den dann einfach so den Boombuddy in Anführungsstrichen durchsucht hast. Ja, komm ich war eh fast tot! Ich bin jetzt zum dritten Mal Jäger, Mann! Oh Mann! Ja! Wieso bin ich denn dreimal Jäger und nicht einmal davon Traitor? Dann könnte ich das wenigstens vernünftig nutzen! Hey, ne? Aber ne Falle muss jedes Mal gelegt werden, das liegt, das steht in meinen AGBs, da kann ich nichts gegen tun. Tut mir leid. Ich hab's dir immer versucht relativ offensichtlich zu legen. Also so um die Ecke. Okay, und der andere war Sepp oder was, aber der könnte wieder leben. Weiß ich nicht. Hast du die Leiche denn entsorgt? Ja! Ne, die hat Dalu auch getrennt. Ich hab sie gefressen. Dalu hat die entsorgt? Also Dalu hat sie wirklich gefressen. Selbst wenn der Jakar ist, ist sie der Wurst. Ah, okay. Dann ist gut, okay. Das ist cool. Aber es gibt noch nen Agenten. Also nicht, dass er jetzt auf mich schießt. Echt? Ein Agent? Dalu, was ist da los? Wo ist der unsichtbar, ne? Du bist es, oder? Nein. Wo ist Sepp? Erzähl's mir. Ich weiß doch nicht, wo Sepp ist. Keine Ahnung. Warum weißt ich, was Sepp ist? Ne. Sepp ist schon wieder... Sepp tut mir die Runde an... Wenn Sepp jetzt wirklich schon tot ist, würde mir echt leid sein. Er wird immer so hinterrücks, während irgendwas passiert, der mordet am Anfang. Also... Keiner kriegt's mit. Er macht dann aber auch so, dass er gerne mit dem Boomba, die irgendwo sitzt und dann wartet. Das macht er auch mal. Jay ist tatsächlich böse. Er hat nämlich gesagt, er hat Chris noch gewarnt. Und warum sollte er Chris gerade warnen? Oh! Christian ist vorhin hier! Nein, das ist Agent! Ja, aber jetzt ist Christian! Als Agent, als Christian verkleidet. Er hat doch gesagt... Okay, ich hätte gerade... Ja, aber ich wusste ja nicht, dass... Ja, okay. Ich wusste ja halt... Ja gut, okay. Okay, er ist nicht direkt eskaliert. Normalerweise in deiner Twitter eskaliert er direkt. Deswegen... Ja, und schreit dann auch rum. Deswegen ist er wahrscheinlich inno. Ja, guck mal, also bin ich ja dann doch... Hier ist Sepp! Hier ist der Boom-Buddy! Hier ist der Boom-Buddy! Weil sonst gibt's nicht mehr so viele, wa? Hier ist der Boom-Buddy oder Sepp. Ich hab ihn gefunden. Ich kann ihn konform. Hast du Sepp umgebracht? Ich kann die Güte machen. Äh, Haupteingang rechts. Ich kann die Güte machen. Hier, Bram. Rahmen. Dreh ich um. Hier. Achso, ich dachte der Haupteingang wäre da. Ja. Hier liegt da. Warum passiert hier nichts? Ich bin ein bisschen verwirrt von den Geschehnissen im Haus. Nee, Bram links. Zurück und links. Jawohl. Und jetzt rechts. Da liegt man. Was sagt der? Christian! Jetzt geht's los. Christian hat Quatsch gemacht. Christian hat Quatsch gemacht. Christian hat Quatsch gemacht. Christian, Mann! Na was? Was? Jetzt haben sie... Das war ja der mieseste Timing ever. Da mach ich den Little Halper an. Und weil ich dann nochmal die Richtung gewechselt hatte, dachte ich mir so, komm das schaffst du doch. Hast du noch zwei Sekunden? Kick auf die Like. Da steht da gerade links bei mir. Little Halper exhausted. Durch die Welt ausgeschaltet. Bin ich wiederbelebt worden. War doch lustig. Was war das denn? War lustig, aber ich hab ein bisschen dumm geguckt. Ich hab jetzt aber meine Shotgun dahin geworfen. Ja, ich weiß. Nee, Moment. Dann hab ich nicht gesehen. Nee, die hast du nicht gesehen, weil du gerade eine Mac-10 aufgehoben hast. Die lag hinten. Da du, mieser Traitor-Detective. Dad hat mich am Anfang einfach gekillt. Ich war fucking hier geiler Jackal, ey. Oh, Peter. Warst du Traitor-Detective? Nein, ich war nicht Traitor. Ich hab ihn einfach so wieder beschäftigt. Du warst einfach so leid. Jay wollte nicht in meine Falle reingehen. Jay hat mich einfach voll geschaut. Ich war einfach ein lustiger Dude. In welche Falle? Achso. Oh nein. Da hat Sepp schon extra Flut gemacht quasi. Gehen sie weiter. Nein, keine Chance. Das schieb ich Jay in die Schule. Jay hat ein Geschenke-Snack. Was? Okay, das hört sich gut an. Nehmen wir mal den Random Gun. Nein. Nein. Das ist gut vor der Tür. So. Wer möchte mit mir riskant spielen? Ich möchte riskant spielen. Riskant ist... Draußen spielen wir riskant. Draußen spielen wir riskant. Okay. Was ist riskant? Wir stellen euch alle an die Wand. Okay. Oh 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 oh. Alle die mitspielen. Okay. So pass auf. Wir fangen an. Okay. Spieße auch nicht? Hey. Da hat irgendwas gemacht. Ich wollte doch riskant spielen. Aha. Ich bin mal kurz die Ehre. Wir drei sind safe. Wir drei sind safe. Oh Banane. Da kam noch eine. Ich war da. Das ist noch eine Bananenbombe oder? Wo? Ja das ist noch eine Bananenbombe. Achtung. Banane draußen. Ja das ist dann Dalu. Ja das ist dann Dalu. Klipperwicht. Achso. Ne ne Dalu ist es. Ja ja. Das muss Dalu dann mit sein. Mann ey. Lass mich doch mal riskant spielen ihr Wichser. Mach mal die Tür zu und dann können wir jetzt weiterspielen. Ja. So also. Dalu und Feder. Ihr seid noch beide Teilnehmer hier von riskant. Okay. Das ist riskant. Das ist riskant. Man. Dalu ey. Du Wichser. Ich wollte riskant spielen. Das war's ey. Der Wichser ist echt. Spielverderber. Okay. Der nächste Detektiv muss mit mir riskant spielen. Vielleicht kannst du aber endlich mal erklären wie das funktioniert. Ja das ist nicht so schwer. Moment Sam du wurdest zum Sidekick geschossen. Weißt ja selber nicht was das ist. Ja weil ich wollte mir das angucken aber irgendwie wurde ich wegge... Ja weil ich hab ne Banane über deine Schulter geworfen deswegen gedacht das warst du. Ja ich hatte das gesehen und dann war ich halt voll am Arsch und dann hat Christian mit noch von Okay. Vielleicht werd ich auch Detektiv. 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 Komm 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 komm. Ich werd falsch getroffen. Mann. Ich weiß nicht was passiert. Riskant. Ja. Sehr chaotisch hier. So hier draußen sind alle und hier geht's... Fuck you all ey. Mann ich bin Hacker. Ja geil. Kauf dir die RNG Gun. Oder Random Gun. Was ist der Unterschied? Was ist hier denn? Ja keine Ahnung die heißen RNG Gun oder Random Gun. Muss ich ja gar nicht. Ich bin Kopfgeldjäger. Ich hab die doch schon. Na? So komm wir spielen jetzt mal an. So wenn wir mitspielen. Ich? Moment wenn du Detektiv bist, hältst du dann als Innocent als Dude? Bin dabei. Ich stell mich hier hin. Okay wer stirbt jetzt hier alles? Was ist der jetzt? Hallo. Pass auf. Gucken wir alle zu Bram oder dürfen wir uns gegenseitig angucken? Pass auf ich entscheide das nicht. Moment einer fehlt hier oder? Hallo schummelt. Wer schummelt? Jetzt kommt er wieder hinter die Tür mit irgend… Hey hey hey. Sepp schummelt! Sepp schummelt, sepp isser, isser. Da ist er. Da ist Sepp. komm erher. Komm, alle hinstellen. Pass auf wir machen das relativ simpel ja. Ihr Votet jetzt nacheinander auf wen ich meinen Schuss abfall this, auf wen ich in dem den meisten Votes hat. Okay Sepp fängt an, Sepp Vote. Wie vote ich denn? Ja du sagst mir halt einfach Achso ich sag Dardosh 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 ist safe Ab ihn Ja da ist schon ein T der da liegt Aber warum ist denn da so eine Faszination Chris ist tot Chris war einer Ich glaube Peter muss es denn sein Der kleine Schlawiner Was Chris? What? Wir haben echt noch nichts gemacht Chris? Hallo? Explain What the fuck? Ey das war jetzt wieder Oh scheiße Alter Skiller Nicht so häufig gemacht Okay Oh man Oh shit Oh Jawohl Peter What the fuck? Ja du hast einfach auf die Fässer gewollert Also ich war ja nicht für Dardosh Ich war doch innocent Ja aber gegenrechnerisch ist doch nicht mehr anders Also ich muss noch innocent sein Bram hat auch auf mich geschossen mit der Golden Eagle Ja genau Wir hätten Senp nehmen müssen Mann der war nicht da Und als ich auf jeden Fall ausgeschossen hab Da war keiner Ich dort ja zuerst gefragt da wusste ich ja Hey Dardosh da geht jeder drauf Ja genau Warum denn? Guck mal endlich fühl ich mich nicht mehr komplett ungerecht baden Wow ey mit der schwarze Schaf hier Ja ich hab unten ne C4 geplantet und mir den Dardosh Daran bin ich gestorben Daran ist Dalu erst gestorben Ich stand so weit weg von den explosiven Festern Dass mich das echt gewundert hat was mich gekillt hat Ja Detective Geil Ich bin dabei Da seh ich mich doch Ich will jetzt dein riskant spiel noch spielen Ey Ja genau Und dann können wir noch mal meinen riskant spiel Oh da hab ich mir eine Verratung gemacht Wer war das denn? Der Schweinepriester Okay so kommt raus wer spielt mit Ich spiel mit dem Boah Ich weiß jetzt nicht mehr ob ich noch mitspielen will Ey Ich weiß jetzt die Frage wie funktioniert dein riskant Das war dein riskant Ja das wirst du ja dann sehen wenn du dabei bist Okay ich bin dabei Stellt euch an die Wand auf Dardosh Dardosh okay Dardosh ist schon mal zum Schuss abschuss freigegeben Hallo Ich muss doch erstmal Ey Hallo Bram ist das Ich will doch nur rein Nein lass ihn nach die Tür zu Jetzt zu machen Jay Da liegt mir Bram Bram schieß doch Aua Weg da Jay Weißt du ich bin Enno aber es wäre jetzt egal ne Es wäre jetzt verlieblich Was ist das denn? Ich bin echt an der Jay in Enno Aber es wäre echt egal Jay weg da Aua Aua Du wusstest dich dann Es fällt überall Jetzt kommt keiner mehr raus Keiner mehr rein Das ist doch perfekt Ich seh die ganze Zeit an der Wand Ich steh auch hier Ich steh auch hier Ich steh die ganze Zeit an der Wand Wie geht das Spiel denn jetzt? Ja pass auf Pass auf Bleib stehen Ja So Erster Teilnehmer wird sein Dalu Okay Bleib stehen Ja Ja Er hat nen Lidle Helper Okay du wurdest geheilt Dankeschön Bram Loll Dadurch haben wir telefoniert Dadurch haben wir telefoniert Hey Wir müssen nur kurz weggehen Das ist nicht schlimm Fuck you Bram bereuch dich Nein du ist weg Bram okay Bram kriegt ne extra Runde Ja geil Bram Da freu ich Da freu ich Da freu ich Ich glaub das war Bram oder? Da war ein Trailer bei Da war ein Trailer Da war ein Trailer Da war ein Trailer bei oder? Okay Äh Weiter Weiter Guck dir mal ein Trailer Nein Okay 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 Ey wir spielen jetzt Da war die erste Runde Ja eben Die beiden müssen ja noch Hier Christian Christian hier komm Bleib stehen Jaa Okay Wow So und Sepp Peng von in die Fresse Okay Dalu und Chris Ihr habt riskant gewonnen Tötet euch gegenseitig Ich geh weg Äh Das ist aber riskant Okay Dalu hat gewonnen Wie machen wir jetzt riskant weiter? Jetzt spielen wir ein anderes Spiel Du rennst durch Haus Und ich verfolg dich mit nem Messer Und wir gucken was ich dich finde Wo ist er denn jetzt? Oh Gott Oh Scheiße ich hab ihn gehalten Nein 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 Wir werden uns wiedersehen Nein Nein Was mach ich denn? Komm wir mal Tiefeltauer Wo ist er denn jetzt sehen? Was ist er denn jetzt? Ist er hinter mir? Vielleicht Hast du gerade am wiederbeleben? Nein Ich bin mir sicher Ich bin mir sicher Du dir auch? Ne Ah ok Alles cool Ich hab zumindest nochmal die Leiche gefunden Was machst du denn? Nein 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 Kein Problem Kein Problem Geht weiter Ok geht weiter Muss ich auch noch was suchen Alter Alter Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? So jetzt ist bislang Wen hast du denn schon wiederbelebt? Nein Aber du kannst noch mal gucken gehen Oh Mann Ist das denn jetzt Bist du jetzt der Highlander? Oh Gott Mann ist falsch Was für eine unfassbar geniale letzte Runde Kann mir noch kurz jemand sagen wie ich gestorben bin? Ähm Ich glaube durch die Explosion von Branden Wenn damit Schaden gemacht wird Kann das alles mögliche sein Zum Beispiel Ähm Der Zweite hat ein Fas gekriegt Und wir eine Explosion Ah wir haben eine Explosion gekriegt Und dadurch bin ich mitgestorben Verstehe Alles klar Super Dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen Ich hoffe ihr habt Spaß gehabt Wir hatten auf jeden Fall Spaß Und bis zum nächsten Mal Haut rein Tschüss